Du weißt nicht, was deine Leidenschaft ist, du weißt nicht, was dir Spaß macht, du weißt nicht, was du studieren willst, es gibt so viele Entscheidungen und du bist dir einfach unsicher und du fühlst dich verloren. Glaub mir, das Gefühl kenne ich vor allem, wenn auch deine Eltern, deine Lehrer und so viele Leute dich unter Druck setzen wollen. Aber ich sage dir eine Sache, die meisten Menschen bekommen die Antworten nie, die sind 85 und finden die Lösung nicht. Das heißt, du hast verdammt nochmal dein ganzes Leben Zeit und allein, dass du dich die Fragen stellst und dich nicht gesellschaftlich unter Druck setzen lässt, was du tun, was du nicht machen möchtest, allein deswegen bist du jedem Menschen und Meilen voraus. Deswegen lass dir Zeit, vielleicht hast du noch genau die Zeit, die du schon auf dieser Erde verbracht hast, nochmal, um deine Träume zu verwirklichen.